Dort findet man noch andere Schlammen, gut getarnt zwischen dürren Ästen. Ringelnatter. Auch hier ist im April Hochzeit angesagt. Die kleineren Männchen nehmen mit der Zunge den Duft ihrer Partnerin auf. Auch das Weibchen fängt den Duft mit der Zunge und prüft ihn in einer Riechgrube am Gaumen. Dieses Männchen hat offensichtlich den Anschluss verpasst. Anders als bei Kreuzottern liegen bei den Ringelnattern gleichzeitig mehrere Bewerber auf einem Weibchen und belagern es. Der Duft der Ringelnatter signalisiert, dass sie zur Paarung bereit ist. Wer am meisten Ausdauer hat und die Rivalen am besten verdrängen kann, wird das Weibchen schließlich erobern. Auch in Bewerbs zust kaleidos sind. Untertitelung des ZDF, 2020